Ryan O'Callaghan, ehemaliger Offensive-Lineman der Patriots und der Chiefs, hat sich vor einigen Tagen ganz öffentlich geoutet als homosexuell. Er ist der siebte ehemalige NFL-Spieler, der damit an die Öffentlichkeit gegangen ist. Keiner der Spieler hat es gemacht während seiner aktiven Zeit. Der einzige ist Michael Sam, der aber am Ende nicht wirklich gespielt hat. Ja, also ich finde es immer noch völlig in Ordnung. Ich finde es gut. Eigentlich sind es zu wenige. Aber ich glaube, das ist immer noch so ein Anti-Sport-Thema. Ich finde es gut, wenn Menschen das machen. Ich finde es nicht schlimmer, wenn man einer jungen Generation vorlebt, dass man vielleicht sein Leben verstecken muss, dass man seine Entscheidungen verstecken muss und vor allem, dass man den Menschen verstecken muss, für den man wirklich lebt, den man liebt oder mit dem man zusammen eine Familie gegründet hat. Egal, ob das jetzt zwei Frauen sind oder zwei Männer oder was auch immer. Ich finde es schlimm und ich finde es schade, weil wir müssen es ja so sehen, der eine lügt und der andere wird versteckt. Das kann doch kein gesundes und vernünftiges Leben sein. Also ich finde es gut, wenn das im Nachhinein gemacht hat. Vielleicht ist es irgendwann in zwei, drei, vier, fünf Jahren auch in der NFL vielleicht irgendwann mal egal. Auch einfach mal kein Thema mehr. Richtig, dass du nicht sagst, oh der ist aber so, sondern der spielt gut. Punkt. Das ist seine Statistik. Und ob man eine Regenbogenflagge auf dem Auto hinten drauf hat oder nicht, das ist scheißegal. Guck mal, man würde ja denken, man weiß, die Amerikaner sind in solchen Sachen bei Weitem nicht so fortschrittlich, wie sie immer tun. Das ist einfach mal so. Und Fakt ist auch, dass wahrscheinlich 50 Prozent der amerikanischen Football-Spieler einfach auch extrem gläubig sind. Und für die ist es ein absoluter No-Go. Also ich habe ja noch Football-Spiel erlebt, die einfach 24 Mal am Tag beten. Und für die geht es einfach nicht. Wenn du da im tiefsten Texas bist, ist das einfach echt ein Problem für dich. Gut, da sind auch die meisten mit der Kuh noch verwandt. Aber das Problem ist natürlich, du musst natürlich, ganz ehrlich, wir haben Football-Teams in Metropolen wie New York, Los Angeles, Miami, wo nun unbedingt, ich sage mal so, klar, ich finde gläubig und homosexuell schließt sich nicht aus. Also ich kann ja glauben, auch wenn ich einfach mich zu Männern hingezogen fühle oder wenn eine Frau sagt, ich fühle mich zu Frauen hingezogen. Ich finde, ganz ehrlich, es sollte heutzutage in unserer Zeit kein Thema mehr sein. Wenn du es dir anguckst, in Istanbul werden irgendwie schwulen Demos mit Gummiknöppeln aufgebrochen. Klar, ich gebe dir recht, Texas, mittendrin, irgendwo, rechts ist ein Kaktus, links ist ein Kaktus. Wenn du da einen Bauern fragst und sagst, Entschuldigung, was hältst du davon? Der wird wahrscheinlich irgendwie sagen, oh Gott, oh Gott, das gleich blitzt das hier und Gott schickt Blitze vom Himmel und darüber dürfen wir nicht reden. Aber wir haben Amerika meistens rechts und links. Und auf beiden Seiten sollte das eigentlich so tolerant sein, dass man sagen kann, es könnte gehen. Solange, glaube ich, der Sport, das ist ja hierzulande auch nicht anders, der Sport da nicht irgendwie von abrückt oder die großen Verbände oder die Ligen Stellung beziehen dazu, wird sich daran auch nicht groß sein. Schlimm finde ich seinen Satz. Er hat doch gesagt, die NFL war für ihn der perfekte Ort, um seine Sexualität zu verstecken. Das ist eigentlich ein relativ deutliches Statement. Das ist traurig. Da erwartest du es halt am wenigsten. Und das ist, wie gesagt, also irgendwann in vielleicht, wenn in 10, 15 Jahren irgendwie die Generation, die jetzt gerade in der Highschool anfängt, irgendwann mal vielleicht was zu sagen hat in der NFL. Vielleicht wird sich dann irgendwas ändern. Aber bis jetzt ist es halt so, das ist schon alles eine komische Veranstaltung.